Marischallo di Stefani ging seit einer gefühlten Ewigkeit auf die Jagd und Signorina Mathilde behauptete, er leide am sardischen Weh. Wie alle die Gelegenheit hatten, Sardinien in den 50er oder 60er Jahren kennenzulernen, wusste der Marischallo nicht recht, ob man ihn ins Paradies oder die Hölle versetzt hatte. Don Cossu erzählte gerne, wie er nach einer sechsstündigen Busfahrt von Porto Torres im Dorf angekommen war und zuweilen ahmte er ihr nach. Oh je, oh je, 280 Kilometer über Sandstraßen, ist das hier etwa schon Afrika, von der Überfahrt ganz zu schweigen? Matteo lachte lauthals, sobald er einen norditalienischen Akzent hörte und wenn Don Cossu mit seinen Erzählungen loslegte und schilderte, wie er den Marischallo, dem örtlichen Tierarzt, vorgestellt hatte, liefen ihm die Tränen über die Wangen. Das war's, was er, was er, war's, 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 war's.